Herzlich Willkommen in der Projekt X-Skate-Halle in Trier. Ich stehe hier mit zwei Herren, die wahrscheinlich keiner Vorstellung mehr bedürfen. Wir stellen sie trotzdem vor. Wer bist du? Und du? Carlo. Richtig. Sie haben ihre Nachnamen nicht gesagt. Sie heißen beide Hoffmann, weil sie Brüder sind. Und heute klären wir ein für alle Mal, wer von den beiden der Bessere ist. Um das auch noch klar zu stellen, wir spielen selbstverständlich mit Bar Spins und mit Tail Whips. Carlo darf anfangen, weil er der Kleiner ist. Ich mache Manual 180. Tuka Ching. Ching Ching. Manual 180 bong so quer über den Picnic Tail. Das ist mit Fiebel Hardy. Heiß 180. Die Körblöse. Das ist Körblöse. Oh! Agh! Oppo Smith Fiebel 180. Ja. Fake ini fiebes. Ich glaube, also zu Indien, an den Fokal. In der Uni hab ich schon gelernt, dass man die Leute immer selber fragen soll. Was hältst du denn von deiner Leistung, Carlo? Ich hab noch nie für 50 Indien gemacht. Also zählt der. Keine Frage. Man hat keinen Fuß angesetzt und so zählt der. Dann leg ich jetzt was vor, was geil ist. X-Upgrind. Versuchst du G-Turn quer über das höhere Körb von beiden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne die Spine benutzen. Oder die Jumpbox. Vielleicht auch die Quarter-Five. Also bitte. Carlo? Lass mal rein. Dip zu 70. Guck. Guck. Guck mal ins Ray fahren. Mach Futschern über die Spine oder sowas. Mach grad rum. Ich mach V50 da über die Hip. Ich mach Nollie, Smith und dann so da rein. Ich lieb's Hardy, Lecho und dann Full Cap da rein. Full Cap, immer das Beste. Switchery, Foot Jam Whip in der Pank. Fieps Hardy am L. Fieps! Ja, oder Pex. Pex. Pex erst noch. Pex. Ich wittere Softplay. Ja, genau. Bah, auf die Box. Ey, der ist facken. Ja, schließen. Das fängt euch an und geht wieder zurück. Dann mach ich Oppo Hanger das neu ungebäute Rail runter. Fieps Soft. Ja, nochmal. Ober Eis. Ober Smith. Schiff. In der Regel gilt natürlich auch Fakey. Carlo hat jetzt noch einen Versuch, um diesen Auf- und Swiss zu schaffen. Weil ansonsten hätte er ja nicht zwei Versuche für seinen letzten Buchstaben gehabt. Und im Sinne der Fairness, darfst du jetzt nochmal ran. Danke. Overtour fürs Rail runter. Schmeiß für 50. Turbo-Gun hoch. Fieps Hard 180 12 runter. Ich bin gerade gefragt, ob ich das kommentieren will. Da gibt es nicht zu kommentieren. Da war kein Fuß auf dem Boden. Natürlich zählt das. Schmeiß 180 das Jungle Club. Ich probier's nur auf Oppo 180 und dann Oppo. Stoffler und so. Und drückt's auf der Unterschiede. Hier runter. Eishnoisse. Das ist eine To-Nose-Bong ist am Ende vom Kerb. Eishnoisse. Damit kann ich mir immer beide gewinnen. Und die Leute so lieber nicht sehen, ob das zu denken. Ja, das ist die Entschluss. Das sind die Eishnoisse. Ja, die Beine so gut. Die Eishnoisse. Die Eishnoisse. Und die Eishnoisse. Die Eishnoisse. Es wird ja so, das ist ein Marke bei mir durch. Das ist ja, was ich mitso. Ich gebe zu, am Anfang wurde ein bisschen gelogen. Wir haben das eigentlich nur veranstaltet, um zu gucken, ob Bruno Barspins kann. Die Frage ist geklärt. Ich würde sagen, er hat verdient gewonnen. Jetzt gibt's Pizza. Pizza! Was ist universal für otherwise? once oder zwei Tage? John 5,ですか? hr